Musik Also wir haben heute die sechste Sachsenheimer Lichtenstern-Tour. Wir hatten heute 638 Starter. Die beliebteste Tour ist die längste Tour mit 152 Kilometern. Und wir hatten heute richtig Glück mit dem Wetter, dass es gehalten hat und dass es nicht regnet, obwohl wir nicht genau wissen, ob es vielleicht doch noch anfängt. Musik 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 Jawohl, das macht 152 Kilometern. Der ist kostenlos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020